Olle aufstehen! Olle aufstehen! Olle aufstehen! Olle müsst jetzt aufstehen! Und Olle... Olle drei Finger aufs Herz! Olle müsst ihr drei Finger aufs Herz! Olle! Und jetzt müsst ihr sagen, ich schwöre, dass ich nix weiter sagen wär, was uns der Nuste heute erzählt hat. Genau das müsst ihr sagen. Und jetzt sagt es alles! Den ganzen Satz! Geht schon! Das hat's jetzt echt super gesagt! Deswegen dürft ihr wieder niedersitzen! Und... Der Nuste verrattet euch jetzt das Geheimnis! Der Nuste ist seit drei Monaten der beste Freund von James Bond in Lesachtol! A Wahnsinn! Und ans kann ich sagen, kompliziert ist der Hundling der James! Eigentlich heißt er ja Daniel, was de? Der könnt's gut ein Kärtner sein, gell? Der Daniel Kraiger, was de? Bis zu nahe Sto! Und lästig ist der Hundling! Zehnmal am Tag ruft er an, gell? Und... Es leitet schon wieder! Es leitet schon wieder! Das hört aber nur der Nuste! Weil das Handy ist in die Hand eingebaut! Neueste James Bond-Technik! So, jetzt aufpassen! Jetzt hebe ich ab! Hallo! Hallo! Hallo James! Du! In se Moment! I have fast ka time for you! Yes! I have... I have much people by me! Was? A was jetz? James! A verstehst du Englisch oder ned? Yes! Much people! Much people! Yes! James! James! Mach da dabei eine heiße Wickel! Hot wickels! Hot wickels! Hot wickels! Yes! Nimm ein nasses Tuch! Äh... Dick! Er wird's fetzen! And boot it on se head! Boot it on se head! Yes! Ja! Du hast am Schädel laufe! Genau! Okay! Und da vergeht die Hühnungsdarbeter! James! And you must know! I come to you! After se Sitzung! Into se Lesachtal! Yes! Du Obatiliach! James! I am by you! No! Net blue by you! I am by you! Yes! I am by dir! Verstehen du? Der Hundling aber schon gar nichts! Okay! Passt! James! Supi! Okay! Passt! Supi! Okay! Passt! Für die! Für die! Heute muss ich noch aufhe zu ihn! Aus der Mühle spülen! Bis er einschläft! Der Hundling schläft ja mit dem Kopf im Safe! Wegen seine Goldzehen! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Wie ist sie überhaupt wie das ganze kommen ist? Die James Bond Mannschaft! Was denn? Die hat ein ganzes geheimes Programm! Wo alle Leute von der ganzen Welt drin seien! Und da haben sie genau die Eigenschaften reingetippt! Die, was der haben muss, der der beste Freund von James Bond sein will! Und dann haben sie gedruckt Enter! Und dann ist durchgestanden Noste! Spielsym! Die istphonarisch! Der Noste Erster! través des Noste und der missed Då war der Aussi Osborne! Und dritter Karl Lagerfeld! Spielsym! Dann haben sie Nej lanternisch geshen lassen wie haben Jamps Bond Schwartz. zum kennenlernen. Und damit sie sehen, ob der James überhaupt zu mir passt. Ich bin schon dringestanden im Zimmer ganz locker. Die Wadl habe ich ganz ein bissel angespannt. Ungefähr so wie jetzt. Und dann ist die Tier aufgegangen. My name is James. Habe ich gesagt, ach so, du bist ja leider Bartler, habe ich gesagt. Dann bringst du mir aber gleich mal ein kleines Bierle. Und du warst eh weder gerührt und schon gar net verschüttelt. Dann habe ich das kleine Bierle runtergeleppert. Und dann habe ich gesagt, und mein Name ist No. Ich habe ganz aufgeregt. Doktor No. Und ich na, Ste. Bis du Narrisch. Und dann habe ich mit dem Boxhansch a Selfie gemacht. Da habe ich ein Selfie gemacht. Da habe ich zwei Sohne reingekaut, dass der Hundling sieht, wo sich alles ausdeholt. Und dann hat er nicht mehr gesagt, Noste, you are my friend, hat er gesagt. And now hat er gesagt, welcome. Du se Noste and James Bond, welcome party. In se obertillicher Alpendisco, Hirschgwei-Bar. Bis du Narrisch. Du, da sind wir rein, in die Hirschgwei-Bar. Bitteschön. Da war grad der Rafa reingegange. Bis ich draufgekommen bin, dass die dort tanzen, weißt du, ja. Und auf einmal hat der DJ 50 Cent die Disco übernommen. Bitteschön aber die Scheiben, was der aufgelegt hat. Die waren aber net einmal 10 Cent wert, gell. Und dann haben sie alle geworfen, Noste, komm. Und er sagt, make a short inlay. Was der? A kurze Einlage. Ja, hab ich gesagt, ja. Okay, hab ich gesagt. Ich mach a short inlay für euch. Und dann ist schon losgegangen. Do you want a feeling? Und unten alle, know we have a feeling. Und dann los der wieder. Do you want a feeling? Und unten alle. Von euch? Nimm aber kein einzigen in die Hirschgwei-Bar mit. Und schon ist die Musik losgegangen. Die kurze Einlage. Und dann los der volle Fall. Zack, mach den. When life is strong und immer stronger. Don't wait long, don't wait longer. Er greift die Chance und setzt sie drauf. Life is so kurz, komm a drauf. Do you want a feeling? 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 Und alle haben sich niedergesetzt und alle haben gejubelt und der James ist auf mich zugekommen, hat er gesagt, Noste, you are so supi, hat er gesagt. You are so supi, can I come to you to the feel of a farshing. Ich habe gesagt, James, kannst du schon kommen, aber was die, die Karten sind nicht billig. Und er dann drauf, er dann drauf, I will come with my new Bond girl. Ich habe gesagt, James, was ist denn jetzt los? Wen meinst du jetzt an? Hat er gesagt, it is not Pamela, hat er gesagt. It is not Janine Schiller. It is hinter der Sechtbar. It is Molzbihla Hani. Bist du narrisch, habe ich gesagt, James, James, die is ja von da, die muss ja jeden Tag in den Stahl gehen. Hat er gesagt, yes, hat er gesagt, this is this. This is genau this is what I want, hat er gesagt. I want a Glanzhäusel. I want children. And I will marry my Hani. Habe ich gesagt, James, bitchin, entscheidendlich. Entweder die Mary oder die Hani. Du, und dann habe ich gesagt, James, jetzt is aber aus. James, jetzt is aus. Du fährst jetzt mit mir nach Wien. Zwei Tage und dort suchen wir für dich ein neues James Bond girl. Und schon sind wir gesessen im Hotel. Und der James tut, was du, suche Bond girl. Und er gleich eine getippt. Sexy. Dann hast du eine getippt. Housewife. Was du? Muss auch ein bissl sein. Der James wieder eine getippt, clever. Der Noste eine getippt, so clever, aber wieder nicht. Und der James eine getippt, Molzpichler Hane. Der Noste sofort rausgeläscht, Molzpichler Hane. Und dann hat der Hundling auf Enter gedruckt. Und schon ist durchgestanden. Andrea Berg. Pistunarisch. Dann habe ich aber nur mehr gesagt, James, bitte schön, das Computerprogramm hat ein Virus. Und dann schaue ich, weißt du, auf dem Nebentisch dort rum, steht dort eine Zeitung, liegt dort und da steht ganz groß drinnen, die Venus von Willendorf. Das Superweib wieder in Wien. Und dann habe ich gesagt, James, hätt sein Massenschneider. Wir haben das Bond-Girl für dich. Der Noste Kleine ins Internet, schauen, wo sie wohnt. Zack. Wohnen tut sie im Kunsthysterischen Museum. Pistunarisch. Habe ich gesagt, James, du. James, das muss ein Super-Tagen sein. Weil bei der musst du schon Entry zahlen, wenn du sie besuchst. Zack. Mir umme, weißt du, umme zum Hysterischen. Zack. Und auf einmal ist der James da gestanden. Und so hat er gezeigt. So hat er gezeigt. So hat er gesagt, bis du deppert hei. Bitteschön. Die war erstens nicht größer wie eine Kartoffel. Und zweitens hat sie ausgeschaut, als wie eine, die was a Weight Watcher-DVD von hinten nach vorne angeschaut hat. Bistunarisch. A Wahnsinn. Und da habe ich dann nur mehr gesagt. Da habe ich dann nur mehr gesagt, James, und jetzt pass auf. Jetzt ist es aber aus. Jetzt fahren wir zurück nach Hobertillach. Und du hast mein Segen. Nimm dir die Muldspieler-Hanne, weil der oberste Höhenangst auch noch los. Und dann habe ich gesagt, und jetzt nur mehr Party. Genauso wie ich das bei euch jetzt sage. Weil der Noste fragt euch, wo ist denn heute die Party? Und ihr müsst genau sagen, die Party, die ist... So ist es. Get up from the seats. Don't schwitz. Everybody party now. Und schon geht die Musik los. Es ist schon los. Okay, everybody party. Sofie. Wo ist denn heute die Party? Party now. Wo ist denn nur die Party? Party now. Sofie. Wo ist denn heute die Party? Party now. Die Party, die Party, die Party netto. Hei, 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 hei. Wille an top Canevale? Hei, hei, hei. Wille an top Canevale? Habist lauter. Jawohl, sofie. Abasse. Hei, hei, hei. Wille an top Canevale? Hey, hei, hei. Hei, hei, hei. Wille an top Canevale? Hey, 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 wie lacht schon Karneval, hey, 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 wie lacht schon Karneval.